Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um TCP Tahoe. Ja, was ist TCP Tahoe? Eine spezielle Art von TCP, also eine, ja, eine Art eigentlich, eine Unterart von TCP. Man kann da sagen, es gibt sehr, 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 sehr viele Unterarten von TCP, aber TCP Tahoe ist sozusagen die grundlegende Art von TCP und Reno ist die bisschen fortgeschrittenere Art und dann gibt es halt noch so neuere Sachen, keine Ahnung, von Google entwickelt, gibt es sogar auch eine Unterart. Es gibt so viele Unterarten von TCP und wir werden es uns aber nur vier anschauen, nämlich TCP Tahoe, Reno und die beiden, die von Windows bzw. Linux benutzt werden. Also eins ist von Windows, das andere ist von Linux. So, TCP Tahoe hat folgende Eigenschaften und die kennt ihr jetzt tatsächlich alle schon, zumindest wenn ihr meine Serie verfolgt habt. Wenn ihr meine Serie nicht verfolgt habt, dann würde ich euch spätestens, wenn ihr einen Begriff seht, den ihr nicht kennt, mal empfehlen, da nachzugucken. So, ähm, als erstes Mal haben wir einen Slow Start bei TCP Tahoe. Dann haben wir einen, äh, einen Timer für Timeouts. Für Timeouts braucht man logischerweise immer einen Timer. Das heißt, wenn dieser Timer hier abgelaufen ist, fange ich wieder mit meiner Dateneinheit an zu senden. Das ist ungefähr sowas wie der Retransmission Timer, wie lange warte ich auf meine Quittung. Ähm, und falls ich irgendwann mal eine Quittung verliere, fange ich wieder mit meinem Slow Start von vorne an. Also so, wie ich euch das bisher immer erklärt habe. Dann haben wir noch Congestion Avoidance. Congestion Avoidance. Werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer angucken. Wir haben Fast Retransmit. Auch das habe ich euch schon gezeigt in vergangenen Videos. Und wir haben eine neue Technik, die so minimal ist, dass ich sie euch direkt erkläre. A-I-M-D steht für Additive oder Additive. Ach, ich schreibe das gar nicht hin. Additive Increase Multiplicative Decrease. Das bedeutet, wenn wir eine Quittung erhalten, also wie hier beim Slow Start, wenn wir eine Quittung erhalten, dann dürfen wir Additive erhöhen. Das heißt, unser Congestion Window wird um 1 erhöht. Und wenn wir eine Quittung nicht erhalten, dann setzen wir unser Window nicht wieder einfach fest auf 1, sondern wir decreasen multiplikativ. Deswegen D oder M-D, A-I-M-D, das ist dieser Multiplikative Decrease. Das heißt, wenn uns eine Quittung flöten geht, dann teilen wir unser Fenster fix durch 2. Also wir halbieren das Fenster, sagen wir. Wir durften davor 100 Einheiten, oder können wir gar nicht, wir durften davor 128 Einheiten schicken. Dann dürfen wir, wenn wir eine Quittung verloren haben, nur noch 64 Einheiten schicken. Und ja, das ist das sogenannte A-I-M-D. E-M-D, eigentlich absolut unspannend, deswegen hier nur ganz kurz erwähnt. So, und jetzt natürlich die große Preisfrage, ab wann kann ich Congestion Avoidance anfangen? Und wann brauche ich noch meinen Slow Start, der ja eigentlich gar nicht so slow ist, sondern eigentlich ziemlich exponentiell und deswegen ganz schön harter Brocken ist. Ich habe euch das letztes Mal versucht, mit einer furchtbar schmierigen Grafik zu erklären. Ab hier wollen wir die Congestion Avoidance starten und bis dahin machen wir den Slow Start, damit wir eben nicht so schnell auf die Schnauze fallen und hier ein bisschen länger im oberen Bereich rumpendeln. Ja, der große Trick dabei ist, dass wir eben dieses A-I-M-D dazu benutzen. Und dazu male ich euch jetzt mal wieder eine wunderschöne Grafik hierher. So, jetzt muss ich mal wieder hier ein bisschen improvisieren, weil ich wie gesagt hier nur grob zeichnen kann. Wir wollen hier vorne, also wir sagen tatsächlich unser Netz hat ein Staufenster, das wäre optimal hier oben. Das heißt, wenn wir drüber gehen, dann verlieren wir Quittung, weil das Netz zu ausgelastet ist. Wir verlieren nicht Quittung, wir verlieren Dateneinheiten, weil drüber ist das Netz ausgelastet und wir verlieren eben diese Daten. Und was jetzt passiert ist folgendes. Wir nutzen unseren Slow Start und am Anfang haben wir so ein sogenanntes, beziehungsweise was heißt am Anfang? Wir haben immer eine sogenannte SS Fresh Hold, hat nichts mit der SS zu tun, keine Sorge. SS Fresh Hold. Und das ist einfach ein Variablen Name für die Schwelle, ab wo Congestion Avoidance genutzt wird. Und die muss natürlich möglichst nah da dran sein. Am besten benutzen wir überhaupt keine Steigerung mehr, aber so gut sind wir leider nicht. Das kann man eigentlich fast nicht loswerden. Und irgendwann fangen wir halt mal an, unsere Daten zu senden. Hier haben wir dann eben diesen exponentiellen Anstieg. Und am Anfang, wenn wir die Verbindung das erste Mal nutzen, ist unser Fresh Hold bei Unendlich. So, was jetzt bei Unendlich passiert ist, wir machen immer ein Slow Start. Das heißt, unendlich bis wir auf die Schnauze fallen, sprich bis unser Netz nicht mehr kann. Zum Beispiel bei 100 Megabit die Sekunde. Manchmal kommt man auch gar nicht an dieses Congestion Window von oben ran, weil unsere Leitung, vielleicht unser Anschluss einfach nur 100 Megabit die Sekunde kann. Aber das Netz und dort lang, wo wir die Daten eben schicken wollen, hat gerade Kapazitäten von einem Terabit die Sekunde oder sowas. Also absolut null Problemo. Und deswegen kommen wir überhaupt nicht an diesen Threshold dran. Unsere Daten sind drüben und die ganze Zeit wird das Maximum unserer Leitung benutzt. Alles gut. Aber irgendwann kommen wir halt leider doch mal vielleicht an diese Grenze dran. Und was dann passiert ist folgendes. Wir fallen auf die Schnauze, aber wir setzen unser Window nicht wieder auf 1 runter. Das heißt, wir fangen nicht wieder hier so von 0 an, sondern wir setzen es auf 1,5 runter. Also auf die Hälfte. Wir teilen es durch 2. Das war dieses AIMD. Wenn wir eine Quittung verlieren, teilen wir das Fenster durch 2 und setzen dann hier wieder an. Das heißt, bei diesem Threshold setzen wir hier wieder an. Und das ist jetzt der Punkt, ab dem wir, also ab diesem Threshold hier können wir anfangen mit Congestion Avoidance. Das heißt, wir nutzen jetzt hier wieder unser Slow Start, fangen hier wieder schnell an. Wir sind ja relativ schnell wieder an diesem Punkt. Und wenn wir hier angekommen sind, ab da machen wir dann Congestion Avoidance. Das heißt, wir gehen hier so linear hoch. Ich mache das jetzt mal so, damit wir auch noch relativ schnell da ankommen. So. Und hier fallen wir dann wieder auf die Schnauze, weil unser Netz überlastet ist. Und genau dasselbe passiert wieder im Prinzip. Das heißt, wir fangen wieder hier mit dem Slow Start an, mit dem eigentlich relativ schnellen Slow Start. Und danach wieder unser Congestion Avoidance und so weiter und so fort. Also quasi bis zur Infinität. Ja, das ist im Prinzip TCP Tahoe. Also eigentlich nicht wirklich effizient, wie man sich denken könnte. Wir könnten hier uns vielleicht effizientere Dinge vorstellen, wie zum Beispiel, wir machen hier Direkt Congestion Avoidance und setzen unser Congestion Window gar nicht mehr auf 1 runter. Sondern bleiben hier auch mit dem Threshold, also bleiben direkt am Threshold dran und steigen dann langsam wieder an. Könnte man sich vorstellen, macht TCP Tahoe aber, also TCP Tahoe nicht so. Dazu gibt es dann im nächsten Video mehr. Da geht es dann nämlich um das nächste TCP, nämlich TCP Reno. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.